So, hallo. Ja, ich wohne ja in einem etwas älteren Haus und die letzten paar Tage hat es ein bisschen Radau im Zwischenboden gegeben. Ja, jetzt habe ich mal eine Mausefalle unten im Keller postiert und ja, ich glaube, das hier ist der Grund. Ein süßes kleines Mäuschen. Gefangen in der Lebendfalle und als Köder ein bisschen Papier mit Nutella drauf. Ja, mal gucken. Das mal da rüber, hm? Ja, du, hm? Alles noch ein bisschen ungewohnt hier. Ich lasse dich auch bald wieder springen, ne? Komm, das Nutella hast du da auch komplett weggefressen. So, wir sind jetzt hier auf dem Weg im Wald. Ja, also wir sind jetzt hier im Böblinger Wald angekommen, in der Nähe des Geocache-Zahlensender. Und ich denke, wir lassen die Maus jetzt einfach frei. Okay, na, Mäuschen, geh. Na, komm. Na, Schmetterling. Ich finde das Licht gut hier. Ja, komm, brenn, Mäuschen. Ich finde das Licht gut hier.